Und ich liebe Kinder, das heißt, ich opfere mich keineswegs, denn ich tue es ja nicht für sie, sondern für mich, denn ich brauche es eben. Als der Welt fehlt, sind weder Orangen noch Arbeit, sondern ein neuer Glaube. Seit vielen Jahren kämpfe ich für die Würde der Kinder. Einmal fragte mich jemand, nur wer achtet heute eigentlich die Menschen? Der Doktor, ich habe es gewusst, sie sind ein Zauberer. Ich habe es gewusst, sie sind ein Zauberer. Ich habe es gewusst, sie sind ein Zauberer.